Wow! Hier ist es ja unglaublich! Uh, was ist denn das? Hey, ähm, bist du vielleicht Nekos Partner? Hm? Ähm, ich weiß es nicht genau. So wie ich weiß, heiße ich Rhyme. Hast du deine Erinnerung verloren? Yep. Oh. Tut mir leid. Ach, das macht doch nichts. Wie sagt man das immer so schön? Manchmal braucht man nur einen kleinen Schubs, um sich zu erinnern. Ja, richtig. Mhm. Ah, ein Schubs. Ich hab's. Vielleicht kann Nekos dir weiterhelfen. Komm mit, Rhyme. Gehen wir zu ihm. Okay. Bye. Hey. Stop.